Moin Moin, willkommen zurück zu einer weitere Runde von Leech-T2 im Ranglistenmodus. Ich muss unbedingt mal wieder gewinnen, ich habe den letzten Runden so reingekackt. Hab schon gewonnen. So, wir gucken mal. Das ist gut mit dem, sehr schön. Das ist auch super. Ihn brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich nehme die erste Mal mit. Ende. Fertig. Gewonnen. Game sofort beendet. Damit kann ich doch nur gewinnen. Ganz entspannt. Ab jetzt, die waren so hartnäckig und so nervig. Ich brauche mal wieder eine gute Runde, easy win oder so. Kann ich irgendwas einfaches bauen wie Bonecrusher? Nö. Drei verschiedene Teile. Guck mal. 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 Na gut. keine Sorgen machen, dass ich Double Hobo kriege auf der 3. Gerade so durchgekommen. Zwei extra Gold. Sag ich nicht, nee. Jetzt könnte er ein bisschen Probleme haben bei magischen Schaden. Gucken wir mal. Alles abgewehrt. Tötter hat nicht gereicht. Durch den Champion waren die alle One-Shot. Den sollte die Teerich auch noch wegkriegen. Ohne abzukacken. Ja. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Verteidigung. Ich nehme mal hier die Save-Variante. Und dass da nicht so viel Abstand dazwischen. Und eng. aber geschafft sehr schön hier bin ich auch durchgekommen doppelblume tot das gift abgekackt und die bauern auf da habe ich gut ausgesorgt dann gehe ich auf 6 was ist das ja nichts besseres hinstellen es auf 7 und 8 kriegt er da auf die fresse hmm ich glaube damit bin ich gut dabei hat die blume gebault hmm jetzt könnte es ein bisschen schwer aber nächstes rave ist schwer zu sagen wir fassen mal die dachs rein er hält schon eine weile durch 200 ok das wird interessant das wird sie nicht schaffen hat mit seinem chaos hat er halt viel zur auswahl was er platzieren kann ja aber wahrscheinlich schicke ich dann auf 10 bisschen magischen schaden noch mit rein oder so erst mal viele block aufbauen ist extrem wichtig komm schon komm schon scheiße wegen einem kackvieh das ist ungünstig da wieder welche verkauft man hat dafür die sturmjäger platziert und den dachs lass mich überlegen sollte auf jeden fall magischen schaden mit rein schicken so ist wahrscheinlich nicht schlecht wenn wir upgraden das reicht kann die vorne rein hinstellen damit ihr nach rechts gezogen wird ansonsten wäre hier nur noch stich schaden aber auch nicht unbedingt kriegen auch so gucken wir mal drei hobos geschickt zwei neue worker für mich auf jeden fall aber den schleim kann er gut verzögern das war knapp ja da können wir auf jeden fall noch ein bisschen kohle rausholen das ist gar nicht schlecht machen wir so vielleicht ein bisschen rein scheißen aber schick jetzt einfach mit weil er mich schickt falls er durchkommt ich noch reduziert habe mal meine liga und schoss down oder mein mein treibwerk bogenschütze wie auch immer schade blumen down dann müssen wir schon die dickeren geschütze auffahren dann können wir uns haben wie auch die Ich sollte einfach den King mal aufwerten. Das habe ich von meinem Kreditor natürlich nicht viel gesehen. Ganz vergessen, habe ich den Stockholder abgegratet. Was könnten wir noch bauen? Nicht. Warte, ich stehe auf. Er hat mir jetzt nicht das Maximum rausgeholt, aber naja. 340. 340. 340. 340. 340. 340. 340. 440. 440. 440. 440. 440. 540. 540. 640. 640. 640. ein bisschen damage nehmen wir erstmal mit lasse ich mal überlegen könnten jetzt auf 15 gehen das macht schon sinn und dann vielleicht auf 17 ja nur noch zwei turtles rein die nächste runde wahrscheinlich oder das abgeld gemacht schaden gold wichtig sehr gut da haben uns ein bisschen geld wieder zurückverdient dann müssen wir gucken dass wir die nächste rave überstehen muss ich einen Albtraum bauen triple Albtraum und dann wahrscheinlich auf 18 17 macht auch nicht so viel sinn muss ich einen Stich reinschicken 18 alter 1000 das sieht gar nicht gut aus holy shit ich habe drei games hintereinander verloren oder vier ach du scheiße es soll einfach nicht sein gerade ich bin so abgestiegen also auf Experte 4 die Rolls sind auch irgendwie so komisch dir fehlt immer irgendwie ein was holy shit naja das waren meine Runde Liedschen ich würde auch gerne bei anderen Videos vorbei bis dahin einen entspannten Tag macht's gut bis zum nächsten Mal ciao